und herzlich willkommen zurück also du hast keinen urlaub herzlich willkommen zurück und willkommen hierzu ich bin das wolfie und wir sind in der zweiten evokation sprich wir haben einmal neu gestartet und sind an tag 3 ja die dlcs muss er auch noch spielen aber dann war sein urlaub vorbei das tiefste innere betut bei uns aufleuchten wir haben amybus stimmt amybus noch knuffstieb auf level 5 pixelchen auf level 5 wie cool hier und werden höchstwahrscheinlich noch zwei weitere uns besorgen bei euch irgendwas deswegen reminiscenz derzeitig aktiv haben wir versehrter linke augapfel zwei erinnerungen sprich irgendwas sowas chirurgischen notizen könnte man noch wählen aktiv haben wir noch den das schimmernde blut alle töchter erhalten plus 15 prozent auf die maximal gp die rostige schere aktiv du kannst eine weitere du kannst eine gefallene tochter wiederbeleben kriegt man kostenlosen wiederbelebnis stein alle töchter erhalten 15 prozent schaden gegen medikaster könnte man noch einnehmen weiß ich noch nicht schnabelmaske neugeborene töchter haben meisterschafts level das ist mega vergrabenes getriebe ist wir überspringen eine ära das sprich wir skippen ein boss wird wahrscheinlich in den späteren dings wichtig uns gerade ist es eher so wir haben heute keine verfügbaren angriffe mehr das heißt wir dürfen zum nächsten tag nach vorne springen so melancholie zwei tage die gesundheit aller gegner verringern sich um 50 prozent erhaltung vor die alten erfahrung um 50 prozent es gibt jetzt also auch events wir versuchen es weiter wir haben wir könnten jetzt gegen den boss hinten antreten jetzt 50 prozent weniger lebenspunkte was haben hier sie dann auch wieder irgendwas und hier müssen wir gegen ihn antreten ich würde sagen wir kämpfen normal wir haben eine jagd schwer wir haben zwei jagten und sind schwierig die jagd nehmen am über als klingen meister nur schieb als unsere schützen und pixelchen als unsere tank los geht's los wir uns we what more must we sacrifice before the end zwei zwei joy will walk these streets again dann gucken wir uns doch hier mal wir haben hier etwas den körper glaube ich gleich erreichen wir haben hier hinten was da einen da ein so kratten freund einladen so krimine und da so krimine das j das wie ich doch auch noch einladen krieg ich langsam so richtig viele follower wir werden die schützen wo kannst du treffen bist du und zu schützen und einiges unsere tank am bus pixelchen die pixelchen ist unser tank dass ihr so dass ihr das knuff an die pixelchen ist dran wie weit kommst du du kommst bis dahin wir gehen mit dir hierhin so uns des schmieds brauchen euch du den zug haben wir was kommt dahin wo kommst hier kann ich dich schon treffen hier nicht hier hin ballast dem noch schön in die ome ich hätte jetzt nicht gedacht dass der instant stürmt das macht umso einfacher ja die haben ja 50 prozent weniger leben und dann den zug ist unsere gegner sind jetzt dran so mit dir könnte ich bis hierhin und den dann zu klumpen und mit dem hecht sprung das gewicht gut diesmal zu betten welcher bist du das heißt du hierhin dann schlitzi schlitzen wir dich mal exquisit ab wann kann ich dich denn treffen da kann ich dich treffen da kann ich dich treffen da und hier bist du da und dann bing bing schweigt den drn die gegner sind noch zwei hier ein so schieb ist drin schuss und knopf so dass gleich noch mal in ferno freigeschalten Zuoh. Dann. Bred. Wunderbar. Und du kannst auch hierherhören? Spaß. Und jetzt, äh, bucht, rosa bis zu 3, verzögert, incertieren, na, ab, es war Instant-Kill, Peace, gewonnen, so, wir haben Sekt getötet, Gegner, gesamte Vital 200, äh, du hast gerade eine Erinnerung wachgerufen, 2, haben wir über, äh, keine Level-Aufstiege, leider, aber egal, May the plague end as surely, ja, weiter, though the danger passes, we must prepare for the next, dann werden wir doch gleich mal hier rein, nee, falsch, äh, wollen das tiefere Innere, Und zwar haben wir neue Erinnerungen freigeschaltet am Möbus, Schaden gegen wenige Figuren, äh, plus 10%, äh, super, umgehung, leeres Feld, springt auf ein leeres Feld in Reichweite, äh, Reichweite von 4, ist das, halt, stopp, 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 noch mal, Fähigkeiten, Blitzer, kann ich die, ich kann die ändern, Bestimmung zweimal, erhöht den kritischen, äh, Fähigkeit um 2, äh, um 5% zusätzliche Angriffe ursacht, ermöglicht den Schaden einer Fähigkeit, um, äh, erhöht den Schaden einer Fähigkeit um, um 20%, ist natürlich, Hammer, Echse, erhöht die kritische Chance einer Fähigkeit um 5, Inferno, das Ziel wird um eine Initiative 5, Erhöht den Schaden einer Fähigkeit um 50, Schlitzer macht eh schon viel Schaden, euch da lieber, äh, rein, habe ich das jetzt gebufft, ja, hab ich, Wichselchen, du bist ja gerade da, du hast auch so einige, äh, Dinger, du kriegen kannst, Bestimmung, äh, erhöht den kritischen Schaden der Fähigkeit um 5%, Besucher, ein zusätzlicher Angriff verursacht, 3, äh, 73 Basisschaden, Drill, erhöht den Schaden einer Fähigkeit um 20%, Hexer, erhöht die kritische Chance auf, äh, einer Fähigkeit um 5, Inferno, das Ziel wird um 5 Initiative Einheiten später aktiv, Sause Schritt erhöht den Schaden einer Fähigkeit um 5, Inferno, das Ziel ist, was willst du drin haben? Wenn nicht, kriegst du, Schaden der Fähigkeit um, kriegst du das? Oh, ist schon drin. Ja, krasse gekriegt, äh, wir wollen auf jeden Fall eine Tochter auskreiden. Give life to our daughters. Please, guide her well. So, Providenz, ja, nehm mal. So, was wirst du, wir brauchen eine Klingmeisterin, war doch Klappweg drin, so. Neue Tochter. So, passt, ihr seid eklos Kanonenfutter. Bitte, guide her well. So, hier dürfen wir eure Fähigkeiten verfügen, Gunst des Schmieds ist ein No-Brainer. Wenn ich grad noch ne, nein, du, nein, da, Providenz, Blitzschlag sprintet, eher die Festhalteaktion. So. Ihr dürft in die verfügbare Synapse. Und los geht's. Beide. Beide. Du wirst nicht, dass mein Schmied in die innozenten Fähigkeit verliebt. Was sie an diesem Kind getan haben, welche Forzen sie gegen eine innozenten Fähigkeit verliebt haben. So, wir haben Gegner. Du bist da ganz hinten. Ich kann mich ignorieren. Du bist relativ noch am Arsch in der Welt. Du bist hier vorne. Ne, du bist genauso weit hinten. Du kommst von hier, ja. Ja. Ihr beiden seid die schlimmsten gerade. Providenz. Was war's denn noch mal? Die Klingenmeisterin. So. Da brennt mir den Zug. Ich habe hier schießen. Ja. Peng Peng. Das haut dich zwar nach ganz hinten. Aber egal. Die sind weg. Warum ein bitter Victory. Und damit ist die. Ach, Backspace ist aufhören. Nicht Leertaste. Ach, ich habe sie die ganze Zeit falsch gemacht. Bin ich blöd. So. Äh. Und. Spitzen. So. Spitzen. So. Uh. Was? Ah. Ah. Du bist. Du bist. Wir sind ganz lange nicht dran. Da, da, da. Wir sind alle dann erst ganz hinten dran. Ne, ich warte mit dir. Ah. Ah. Ist nicht nett. Ist auch nicht nett. Obwohl, doch ist nett. Aufhören. So. Wo hab ich noch ein bisschen weiterlaufen können? So. Schuss. Eng. Was wir das machen können, um diese Angst zu beschränken. immer noch hier hin und haben das zu so wir machen ein hechtsprung wir dürfen aufhören guter tank wie weit darfst du laufen gehst dahin noch so ein baller heini das ist unser big guy da hinten noch kurz ignorieren jetzt kommt jetzt jetzt hat es Die Erinnerungen. Erinnerungen von einem anderen Leben. Schau sie weg. Wir müssen diese Torture verhindern. so wir haben zwei rennungen wachgerufen eine fattigkeit freigeschaltet